Oh, das, womit ich mich gerade angesteckt habe. Hm, Vampirismus. Oh ja? Hm, geht's jetzt. Was bedeutet das? Und wie lange hast du dafür gebraucht? Wie weißt du, ich bin einfach jede Nacht hierhin gelatscht und jetzt standen sie halt mal hier. Sie spawnen offenbar nicht immer. Und sie spawnen genau hinter einem Stein, wo du nicht dahinter gucken kannst, von dem Punkt, wo die ganzen Leute immer stehen. Das heißt, sie stehen da immer noch fröhlich rum. Aber egal. Das heißt, man ist dann total OP, oder was? Ja, du kriegst halt 50% mehr Feuerschaden, aber du hast noch ein paar nette Vorteile. Wenn die Skills nimmst, ja. Ach, Vampir in der Gilde. Was geht das jetzt? Muss ich jetzt eigentlich dabei drauf gehen, oder? Warte mal. Ich glaube, was ich so im Chat lese, zwei Tage warten. In-Game-Tage. Hm? Nochmal? Zwei In-Game-Tage warten. Was? Und da kommt die Quest, oder wie? Irgendwie sogar. Oh. Oh. Ich habe hier den Vampir-Zerg angepult. Jetzt wollen sie alle. Naja. Ich habs. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Die Apparation. Das heißt, wir kannst jetzt alle sieben Tage ein Gildenmitglied anstecken. Boah. 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 Ist das so? Jo. Nicht, dass wenn ich Wehrwolf werden will und kein Vampir? Kannst du auch werden. Ich beiß dich trotzdem. Ja! Verweidet werden? Soviel ich weiß, ja, ne? Ein Wehrwolf-Vampir? Du kannst entweder oder werden, aber du kannst es auch wieder, sozusagen, entlassen. Heiler sein. Kannst du dann quasi auch Vampir wegschmeißen und sagen, yo, lass mich heilen. Oh, nee, du kriegst die Quest sofort. Ich habe den Typen gefunden, der steht hier bei der Stadt rum. Boah, da wollt ich auch nur verarschen. Hast du nicht dein Lächeln gehört? Ich sag nur, was ich im Chat lese. Ja, ja, klar. Ich bin ganz nett und... Ja, ja. Du, Boah, ich glaub dir eh kein Wort, also... Ich bin kein Mod, Alter. What's happening, Tim? Ihr versucht schnell meine Reputation wiederherzustellen. Sorry. Ihr habt ja immer noch kein Push-To-Talk beigebracht, ne? Oder zumindest ein Headset. Ja, ja. Die klären sich alle noch. Wird das Ding einfach kappen? Mhm. Ja. 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 Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin der Mann, der Vater von Tormen. Wir kürzen dich! Du hast uns mit deinem Blut getötet. Aber wir überlebt. Und aus deinem Blut, wir grew... Ihr Kinder kommen. Sie werden dich verletzen und verletzen. Arkei, antworte mich! Ich bin deine Priester! Entworte mich! Oder ist das ein anderer? Paul sagte, du würdest nicht kommen. Er sagte, du hast dein Licht entfernt von mir! Arkei! Hörst du mich? Du bist falsch! Ich verletze dich! Was ist das? Das ist doch mal ein paar Haare. Ob ein Mann oder der Säger ist oder der andere? Ich bin der Arkei, der Falsäger, wir kürzen! Wir müssen in der Schuhe füllen! Aber wir haben überlebt. Und in der Schuhe füllen wir jetzt auf eure Folleinschaft. Wir brauchen ihre gewaltt Kraft, um in die Einschämtheit zu zerstören. Kneel in the black pool and submit yourself to me! Children, this is your kin. Life still flows within its blood. Tear it out, drain it, so that it may join us! Now you are one of us! No, that's right. The right Sunnah, I think. I don't know where they are in between. I think Sunnah is even away from Amor. I don't know. I don't know... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da ist das Inventory voll. Wir bauen noch zwei Plätzchen. 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 Wir bauen noch 這 ist ein partiales Plätzchen. Wir bauen noch zwei Plätzchen. Wir bauen noch zwei Plätzchen. Oh, haha, ich dachte, es wird so schneiden. Oh, haha, ich dachte, es wird so schneiden. Oh, haha, ich dachte, es wird so schneiden. Es ist die ominöse, verpackte Quest, mit der man heute schon wieder so viel hört. Im TS. Hier gibt es keine Bugs. Das halte ich für ein Gerücht. Alles nur verfeatured. Jetzt bloß damit die Leute nicht so schnell leveln. Das halte ich für ein Gerücht. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.